Einwandfrei funktionierendes Werkzeug ist eine wichtige Voraussetzung für hochwertige Serviceleistungen. Eine periodische Überprüfung der Arbeitsmittel auf Funktionalität, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Einsatzfähigkeit ist hierzu unerlässlich. All dies bietet Ihnen DEKRA. Wir bieten Ihnen Prüfungen für nahezu alle Bereiche in Werkstatt, Lager und Fuhrpark. So sind nicht nur Ihre Geräte tiptop in Ordnung, sondern Sie haben zusätzlich die Sicherheit, dass Sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Wie das geht? Ganz einfach. Schauen wir uns diese Hebebühne an. Die Hebebühne wird zunächst in unserem System erfasst. Typenbezeichnung, Nummer, fertig. Jetzt kann die Prüfung beginnen. Die Hebebühne arbeitet einwandfrei. Die hat das DEKRA-Siegel verdient. Und damit es beim nächsten Mal noch schneller geht, hilft uns der Barcode. Nehmen wir diesen Drehmomentschlüssel. Auch solche Werkzeuge müssen regelmäßig kalibriert werden, um sicherzustellen, dass sie noch richtig funktionieren. Das verhindert nicht nur Reklamationen in Ihrem Betrieb, sondern gibt Ihnen, Ihren Mitarbeitern, aber auch Ihren Kunden ein sicheres Gefühl. Der Barcode wird eingescannt. Eine erneute Eingabe der Daten entfällt. Im Prüfmobil können alle Werkzeuge direkt an Ort und Stelle kalibriert werden. Ausfallzeiten gehören der Vergangenheit an. Ihre Mitarbeiter haben in Nullkommanichts die Werkzeuge wieder in Ihrem Arbeitsplatz verfügbar. Die Prüfung von Druckgeräten wurde erst vor kurzem liberalisiert. So unterstützen die DEKRA-Sachverständigen Sie jetzt auch auf diesem Sektor bei der Einhaltung der rechtlichen Anforderungen. DEKRA ist somit Komplettdienstleister für technische Prüfung in Ihrem Betrieb. Neutral, präzise und serviceorientiert. Zeit ist eine wichtige Ressource. So achten wir darauf, unsere Prüfung zügig durchzuführen, um Ihren Arbeitsablauf nicht länger als nötig zu beeinträchtigen. Die Prüfberichte haben Sie online sofort verfügbar über unser DEKRA-Service-Portal. Hier finden Sie eine Komplettübersicht über alle Prüfvorgänge. Bei einer Betriebsprüfung ist die erforderliche Dokumentation direkt zur Hand, schnell, übersichtlich, sauber. In unserem System sind alle Prüfungen erfasst. Das intuitive Ampelsystem sagt Ihnen auf einen Blick, ob ein neuer Prüftermin fällig ist. Grün bedeutet, alles im grünen Bereich. Gelb bedeutet, melden Sie eine neue Prüfung an. Rot bedeutet, dass der Prüftermin bereits überschritten ist. In der Ansicht Gesamtübersicht können Sie sich schnell einen Überblick über den technischen Status Ihrer Betriebseinrichtung verschaffen. Das DEKRA-Service-Portal ist die effiziente und unternehmensorientierte Lösung für Ihren Betrieb. Damit Sie leistungsfähig bleiben. DEKRA – Alles im grünen Bereich ẽillies die Gefahr der Rufu зoote die mit einen USA in cable jetzt onwärts Jahre Und so halten Sie sich auch nach oben an Learn zu können. erst例えば 79 je gerade Lug